Moins und Leute, heute bin ich total sprachlos. Mehr nach dem Intro. Hier Leute, warum ich sprachlos bin, habe ich nie mit gerechnet. Der Kanal hat mittlerweile 500 Abonnenten erreicht. Leute, ihr seid der helle Wahnsinn. Herzlichen Glück dafür. Ja, es macht mich einfach sprachlos. Super, ich bin ja völlig weg. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Außer, danke Leute. Und hier blende die Sonne von vorne. Jawohl. Aber das ist wirklich, habe ich nie mit gerechnet, dass ich mit so ein paar Spaß-Videos und Abenteuer-Videos dann irgendwann mal auf 500 Abonnenten komme. Und den Kanal gibt es ja erst seit etwas über einem Jahr. Ja. Ey, mir fehlen die Worte. Also nochmal, herzlichen Dank an euch. Ihr seid echt spitze. Auch eure Kommentare immer wieder schön zu lesen. Herrlich. Und mittlerweile habe ich nicht nur Fans in Deutschland, sondern auch in Brasilien und Argentinien. Ja. So cool. So, dann fangen wir noch ein bisschen. In den Sonnenuntergang hinein. 5 von deiner Abonnenten. Äh, der hell im Wahnsinn. Haut mich echt um. Krass. Krass. Das sind Abonnenten, die man in Videos schauen. Und 83% eben noch nicht. Also Leute, wenn jetzt mit 83% gehört, dann abonniert den Kanal. Und dann haben wir Weihnachten im Grund zu feiern, dann sind wir bei den 1000. Aber erstmal freue ich mich riesig über die 500. Ja, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Nochmal, herzlichen Dank an euch. Schreibt auch weiter fleißig in die Kommentare. Bisher habe ich es immer noch geschafft, alle zu beantworten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Ja, und dann freut euch auf weitere Videos. Und ich freue mich auf neue Abonnenten und auf eure Kommentare. Und wenn ihr Wünsche habt, was ihr mal sehen wollt, schreibt es auch einfach unten rein. Weil wenn es mir möglich ist, dann mache ich auch das. Ich hoffe, wie gesagt, freut euch auf weitere Videos. Und ich fahre jetzt noch ein bisschen und feiere euch. In diesem Sinne, Bulli50, euer Ködel. 그럼, wasقي Halen? es Radio? Du hörst dich. Du hörst dich. Du hörst dich.